Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren League of Legends Spiel, heute spielen wir mal Lee Sin, ich persönlich habe euch ja noch nie Lee Sin gezeigt und es steht ja noch in den Sternen, ob ihr dieses Spiel seht, denn die Gegner spielen mit einer total verwirrenden Komposition und zwar Timo, Varus, Heimerdinger Pantheon und Vaiger, man kann nie genau sagen, wer jetzt genau supportet von denen, also alle mit Ignite auch am Start, bis auf Varus halt, der spielt halt, oh Gott. So, die wollen hier invaden. Ja, ich poke den hier nochmal ein bisschen weg. Was tut er denn? Oh mein Gott ey, der Thresh. Ja, ich glaube das ist ein, ah danke, dass ihr das ein bisschen covered hier, liebe Leute. All high to the Yordles, ich glaube die haben mit Absicht hier Timo, Vega, Heimerdinger gepickt. Yordle Composition. Trollololol, die werden uns vielleicht zerstören, weigert, was zum Geierspiel, die denn, ey. Machen die Laneswap. Ah, richtig scheiße wär das. Weil, da machen die Heimerdinger, boah, ey, den kann man nicht totpushen. Ah, das wär richtig, richtig das Proplay von denen. Hier ist irgendwie in unserem Jungle drin, auf alle Fälle. Ah, Timo ist weg. Ja, liebe Leute, ich hab jetzt in den letzten Tagen ein bisschen Leasing gespielt, trainiert. Ja, wie man das sagen möchte. Äh, und ich war eigentlich relativ zufrieden mit mir so, was die, die Games angeht. Ähm, hab sehr viel mit Leuten aus dem Diamond-Bereich gespielt. Und, und Platin-Bereich. Von daher hab ich auch, ja, nicht nur gegen total die Spinner gespielt, so wie ich das hier immer tue. Okay. So. Ah, ich weiß nicht, die Spinner und jetzt halt ein bisschen merkwürdig. Get this motherfucker, ah, come on. Ja, Flash ist raus. Ist halt auch richtig einfach, den da zu ganken an der Stelle, ne. Ist immer so nett. Placen ihm hier einen Ward. Ja, wechsel, schieß mich noch an. Ah, wie war das? Von hier. Ja, das Leasing ist halt ein... ...extrem lustiger Champion. Oh, fuck. Wie viel Schaden der macht, ne. Alter, hart. Ja. 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 Ja, Leute. KCP habe ich jetzt weiter auch schon ein paar Mal gesehen. Ich würde mich halt schon noch ganz gerne ein bisschen hochleistieren. Ich würde gerne halt schlecht hingehen, ey. Man kann noch einmal Dinge nicht ganken, eigentlich. Das ist... Ja. Das ist meine Freundin hier gerade. Kennt ihr ja auch aus den Videos. Beziehungsweise aus dem Säck. Und... Alter, ey. Wo chillt Timo denn rum, ey? Das ist richtig anstrengend. Okay. Hat es, bros. Hat es, bros. Debtlich Sim plays. die sind mit der late game bisschen useless meiner meinung nach aber er ist trotzdem geiler champion ich mag ihn sehr gerne und ich spiele ihn eigentlich immer gleich ich gehe mit 1200 nach hause quasi und ich weiß nicht was der team macht oder was er tut oder überhaupt ist verstehe ich gerade gar nicht aber okay man muss auch nicht immer alles verstehen fach 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 nicht genug schaden aber muss weg auf alle fälle das ist ganz nice was macht der mother fucker hier der ist auch schon level 6 ich müsste eigentlich auch mal auch mal level 6 werden mal schnell hier den scheiß tod prügeln mit level 6 hätte ihn übrigens gekillt auch fach so jetzt bin ich level 6 jetzt können wir uns hier den red buff holen wort ich glaube er meint weil ich so eben hier die place gemacht habe timo ist bestimmt level 6 der huernsohn die haben ja schon alles geplayt die haben ich sterbe ich sterbe nicht ich sterbe nicht ja ok dann meinte doch nicht mich er hat der diamond warte wie ist turd der timo weiß nicht was er macht ich hoffe die gute kassio ist sehr halt das mal ne tut sie nicht dann nicht too late bitch ich habe jetzt meinen flash verbraucht das ist auf der botline das war ein richtig schlechter gang von mir also erstens habe ich ward jump gefailt zweitens keine ahnung kann man heimer den gar nicht ganken ich habe ihn in tower gekickt aber er hat auch geflasht ich habe ihn in tower gekickt aber er hat auch geflasht oh fuck ich dachte er lebt noch wenn ich das mache gut kassio geht mitte dann er wird man nicht natürlich aber gut lauf uli bär lauf er kommt klar kommt weg glaube ich ok ok ah da passiert nämlich genau diese scheiße hier die nicht passieren soll er wird auch aber es ist da übrigens Ich hasse Timon, ne? Ich hasse das so. Das ist so Troll. Einfach. Er macht einfach... Ich habe auch fest damit gerechnet, dass ich sterbe, ey. Ich hatte halt keinen Flash, um direkt zu connecten. Ich habe meinen Coup wieder gefällt. Also ihr seht, meine Mechanics sind einfach nicht gut, ey. Gott. Aber wir spielen ja das Spiel, um uns zu verbessern. Und, äh... Oh Gott. Jetzt kämmt der Pantheon da auch noch rum, Alter. Das ist ein Toter. Das ist richtig schlecht gespielt von denen. Also hier ein... Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Wenn das Subb class nada mares zu~~~ Immer wieder das zu vernetzen, man muss nur noch mal zu sparen zu fallen. So ist das 50%止ema, MDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Dass der NDR live untertitelt? Auch ein glas zuum users ist aber an zu profitieren. Facetrauet in einer Luc reflections infamous zuastieren. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Gibt es nurdedn, das attraktiv werden kann. Wenn er Tiermat hat. Also, ich hätte halt auch direkt Instant Hydra gehen können. Das wäre aber... Oh Gott, ich hoffe, die haben... Hatten wir sie noch nicht gemacht. Das kann ich eigentlich alleine jetzt. Haben wir schon Angst, da durchzugehen? Bot ist Mist, also... Oh Gott, Alter, ey. Der hat jetzt auch noch... Ja, ich wollte eigentlich hauptsächlich nur den Thresh saven. Ich weiß nicht, ob ich sie da hätte fighten können. 2 gegen 1 mit Sonias. Die könnten alle hochkommen jetzt. Oh Gott, da... Wollen wir mal lieber nicht fighten? Sag ich ja, die kommen alle hoch. Dafür holt Vayne Botlane Tower. Das ist genau richtig. Ich verteidige hier im Wischen die Mitte. Hab Hydra fertig. Hab damit auch ordentlich Sustain. Aber jetzt drei Worts in der Hand. Oh, schon wieder ein Tor. So, der hat wie viel scheiß AP? 280. Das ist jetzt das nächste Mal. Ein bisschen... Matrixes basteln. Mein Kick ready. Kann da halt... Also... Dieses scheiß Tower-Gedönse, Alter, ne? Die gehen halt... Die nerven halt schon übel. Okay, nie das Ding. Okay, hier ist Pantheon. Teemo. Ich muss da mit echtem Wischen aufpassen, ohne... Volibear. Oh Gott. Oh, schade. Fall voll weg. Volibear ist top. Wir sind 4 gegen 5. Okay. Alter. Stupid oder was? Oder ist sie gecatcht worden? Ja, ich glaube, die wollen jetzt Jake machen. Haha. Freunde, denkt ihr, Alter. Den haben wir schon die ganze Zeit immer gemacht. Scheiß Lappen. Woah. Egal. tiles. Und die geht hin. Dann bin ich Cordero. Und das ist ein Signal. El Ball. Egal. Und das ist Baseball. Das ist alles für die browsing nicht. Jetzt muss ich gleich mal... Ich kann dich. Ich kann euch clichisch... denaoßen. Das war's für heute. Was tun sie denn? Wurde mir einen Splitpush dafür ordentlich, das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Ja, da habe ich den Timo halt direkt aus dem Dings rausbekommen, halt direkt aus dem Stealth. Das hat halt Thresh geholfen, ihn zu rucken. Und dadurch, äh, konnten wir den eigentlich letztendlich nur killen. So, und jetzt gehen wir mal ein bisschen, jetzt gehen wir mal hier, Spirit Visage, ein bisschen AP am Start bringen, ey, weil Armour bringt gegen dieses Team nicht so wirklich was. Okay, er killt ihn. Ne, er killt ihn nicht. Oh Gott, wo die wär? Er killt ihn nicht. Er killt ihn nicht. Er killt ihn nicht. Hallo liebe Leute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh Gott, wir sind ziemlich gesplittet gerade. Nein, ein Stück zu weit. Oh, Digga, danke, Thresh. Oh, Digga, he dem Bates. Oh, Digga, he dem Bates. Das war mein Fehler. Zumindest, äh, zum Teil. Oh, Drake haben sie immer noch nicht gemacht. Oh, Digga. Oh, Digga. Alter, wie wohl überall rumharzt, ne? Ist ja anstrengend, dieses scheiß Viecher, ey. Oh, Digga. Oh, ich habe so ne Scheiße verliert, das nervt nur. Aber. DfG gezündet? Oh, mich nicht getroffen, ey. Good job guys, a good job. Da muss ein bisschen aufpassen ey. Oh, voll weg, voll weg, ey. Oh god. Oh god, was tun sie? Okay, es hat ja nicht funktioniert. Oh god, ey. 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 So, das war jetzt besser gespielt. Okay, it's gone. War eigentlich relativ klar. Oh, Digga, überall sind Filze. So, das haben wir. Ja, eigentlich brauche ich auch noch direkt Banshees da hinterher, weil das ist schon echt hart. Passt die an. Was die da haben, an der P. Was die da haben, an der P. Was die da haben, was die da haben. Ich hab die ja nur wieder zum Timo packt halt überall seine scheiß Pilze hin Spiel dauert schon wieder Ewigkeiten Danach würde ich halt ganz gerne auch Dings gehen Ein bisschen Last Whisper weil die halt teilweise Sonias haben Oh Gott Ich hab die ja schon wieder Ja, schön, dass er an den Support fokust Der Drake ist wahrscheinlich schon wieder gone Ich hab Drake gesaved Das war halt das Play, Alter Verpiss dich, Timo Ich hätte doch eher Homegards, Digga Wieso wär's denn AFK? Bitch Okay Habe ich da gerade Legs gehabt? Woah Alter. Alter. Das ist auf jeden Fall ein vernünftiges Spiel mit Lee Sin. War zwar Ewigkeiten schon wieder, ey. Ah, was macht der nix, liebe Leute, ey. Lee Sin ist ja so witzig, ey. So. Ich riske das jetzt mal nicht, hier. Weiter rumzurennen. Oh, ein bisschen Gold brauche ich noch, scheiße. Ah, das ist ja hier schon. 1425, ne? Ja. Die haben sich der Barrel gemacht. Ne. Okay, so. Jetzt bin ich bereit für die, vor dem Damages. Jetzt mache ich auch durch die ganzen Arme, die die Wichser schon haben, ein bisschen Damage. Wir sind nur eine vernünftige... Das darf halt sowas auch nicht passieren, ne? Hm. ... Digga, der rennt euch da, der killt euch. ... ... ... ... ... ... ... ... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Find yourself Das war's für heute. Okay, liebe Leute, das war jetzt wieder intense fight. Ich muss unbedingt weg, ey. So, was kann man denn noch kaufen, ey? Die Scheiße kann man nur noch ausbauen. Ansonsten bin ich vollbilder. Ich mein, wir sind jetzt auf 45. Minute. 10, 2 Lee Sin, ey. Was geht ab? 0, 10 Thresh. 10, 9 Heimerdinger. Super Minions auf der Top-Lane. Das ist relativ cool. Noch mal ein bisschen Money Securen hier. Lol, ist er weg? Oder hab ich schlecht ge... Oh ja, der ist weg. Oh Gott. Er nimmt ihn. Er hat ihn genommen, Alter. Alles klar, da müssen wir natürlich helfen. Nice. Ja, ja. Ja To feed Team sagt er Alter, einfach nur gut gespielt Was willst du denn noch mehr? Und ja Always blame the lag Wir haben eine vernünftige Cassio Payer Die gut spielt Die müsste unsere Toplane verteidigen Dem Damages Der ist schon echt, äh, der Schadensausfall ist echt hart, ey. Das können die eigentlich nicht verteidigen, ey. Alter. Ja, alles klar, vielen Dank, liebe Leute. Das war ein schönes Liesenspiel. Bis zum nächsten Mal und ciao.